Ja, so ist das in Paris. Alles küsst. Der Fleischer, der Bäcker, der pietätvolle Leichengestatter. Ich finde an dir überhaupt alles vollkommen. Ich bin zu dünn. Meine Ohren stehen ab, meine Zähne sind schief und mein Hals ist viel zu lang. Vielleicht, aber ich liebe das alles, so wie es ist. Neun Uhr? Nein, das ist viel zu spät. Fünf Uhr? Vier Uhr? Am Nachmittag? Wann arbeiten Sie denn? Gary Cooper als Mr. Flanagan. Der Frauenheld, der in der ganzen Welt geliebt wurde. Von Stockholm bis Siam. Keine Frau kann ihm widerstehen. Dem Mann des Jahres. Er hat eine eigene, unvergleichliche Art, Frauen zu erobern. Dem Zauber schmelzender Zigeunermusik kann sich keine entziehen. Auch Audrey Hepburn nicht. Als Ariane. Das anmutige Mädchen voller Unschuld. Ist es ein Wunder, dass sie sich in diesen Mann verliebt? Maurice Chevalier als Monsieur Chavaz. Der bekannte Pariser Detektiv, der jeden Seitensprung im Bild festhält. Er ist für mein Gefühl der hübscheste Mann in deinen Akten. So, und für mein Gefühl ist er der gewissenloseste. Er sieht wie ein typischer Amerikaner aus. Wie ein Cowboy. Oder Abraham Lincoln. Du weißt doch, dass Lincoln erschossen wurde. Noch dazu von einem Schauspieler während der Vorstellung. Ariane. Das kleine Mädchen ohne Erfahrung verdreht dem erfahrensten Frauenhelden den Kopf. Wie viele Männer waren es? Meinen Sie, bevor wir uns kannten? Oder dazwischen? Oder alle? Weichen Sie nicht aus! Ich sagte doch, dass ich verabredet bin. Mit dem Mann, bei dem Sie wohnen? Nein, es ist ein anderer Mann. Ein junger Mann, mit dem ich spiele. Moment mal, Sie... Sie haben einen Mann, mit dem Sie leben? Und einen, mit dem Sie... Was ist das, was Sie angehen? Aber jetzt, seit Dachub